Wir reiben ca. 400 Gramm Tofu, schneiden eine Zwiebel in Würfel, älzen etwas Öl in einer Pfanne und braten unseren geriebenen Tofu darin an. Nun unsere Zwiebel mit hinzu. Eine halbe Tube Tomatenmark, eine Dose gestückelte Tomaten, ca. 2 Esslöffel Sojasauce, ca. 2 Esslöffel Teriyaki Soße, 1 Esslöffel Gemüsebrühe, geben ca. 50 Milliliter süß-saure Chilisauce hinzu, eine Dose Kidneybohnen, eine Dose große weiße Bohnen, und eine Dose Kichererbsen. Und nun würzen wir noch mit etwas Kräutersalz, Salz und Pfeffer. Passend dazu servieren wir mit Reis. Lasst es euch schmecken! Musik 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 Zitsen